Willkommen zurück bei Bioshock Remastered. Und weiter geht's. Wir haben jetzt immer noch keine Möglichkeit die Plasmide zu wechseln. So und die Maus ist jetzt. Ist die Maus wieder gut. So, Panzerbrechen brauchen wir jetzt wahrscheinlich erstmal nicht. Nehmen wir erstmal die Anti-Personen. So, da ich jetzt gerade zu faul bin den zu hacken. Okay, der Boden wackelt. Oh wow. Hält mich da jetzt erstmal raus. Wohohoho. Hey. Ich hab ihm gar nichts getan. Eigentlich. Es kommt schon. Oh oh. Oh. Nein! Die gute alte Nagepistole. Die bringt uns jetzt hier nicht weit. Fangen wir mit der Pistole an. Oh Gott, Zorn. Oh. Der Rad ist gut gemeint. Reize niemals einzelne Gegner. Oh Gott. Oh, das ist so schön, ja. nein die bolzen für den machen richtig viel schaden also noch mal jetzt haben wir gleich ich hätte vergessen dass die pistole leer ist oh nein der liegt genau drauf und wo ich ziehe jetzt hin Och nö ok sie ist jetzt natürlich weg ich habe es ich habe es Na, jetzt wechseln wir die Arme. Was heißt du, Bernie? Du siehst aus, als hättest du gerade eine schreckliche Nachricht erhalten. Sie ist ohne Strafe. Recht, Chef. Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich sicher. Um reinzukommen, habe ich einen der Schlägertypen am Tor bestochen. Es ist schrecklich hier. Ich habe einen der Schlägertypen am Tor bestochen. Ich habe einen der Schlägertypen am Tor bestochen. Ich bin einfach an ihr vorbei, als ob sie gar nicht erinnern. Aber ich habe überall diese Hinspiele hier gesehen. Atlas lebt. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber irgendetwas sagt mir, dass es den Leuten wichtig ist. So, ich kann jetzt wahrscheinlich nichts kaufen. Ja. So, und noch eine. Schauen wir da noch hoch. Ganz hoch komme ich nicht. Oh, ich nehme den natürlich noch alles ab. So. So. Das gibt auf jeden Fall Ammo. Oh, das ist gut. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ich versuche auch gerade die Medizin ein bisschen zu sparen. Wo müssen wir hin? Oh Gott, das Blut. Das Vieh. Das ist die Muttermilch. So, dann eben mit der Armbrust, hat sich bewährt. So, mal schauen, ob das ein Verkaufsautomat, ja. Room for rent. Ich habe es noch gemerkt. Das ist eine seltsame Wohnung, auf jeden Fall. Manicke Expert 3. Leafling, da, dann ersetzen wir den noch. So, wie immer erstmal alles drumherum ein bisschen absuchen. Da haben wir es. Drogue Fontaine's Mind Control. Okay. Drogen sollten keinen Einfluss mehr auf dich haben. Nimm die Tauchkugel zum Point Prometheus. Es wird Zeit, dass diese Angelegenheit ein Ende findet. Was zur Hölle. Okay, das ist auf jeden Fall nicht da. Doch. So, ist auch sehr nett, dass das Spiel dann immer drauf aufmerksam macht, dass man nachladen soll. Das ist auch sehr nett, dass das Spiel dann immer drauf aufmerksam macht. Na, ich will endlich den Forschungsfortschritt voll haben bei Rosie. Oh, ich will endlich den Au. Der hat mir jetzt noch gefehlt, dieser Troppel. Das hat dieses Mal auf jeden Fall besser funktioniert als bisher. Und wieder retten. So, eins von zwei. Das heißt, es gab eigentlich noch eine. Adam hat alle Eigenschaften des Menschen optimiert, nur nicht seinen Charakter. Vielleicht gibt es ein Plasnid, das den Geist vergrößert. Vielleicht liegt der Schlüssel in deiner NM. Ich habe dir eine kleine geschickt. Sehr ein paar Sachen dabei, die dir deine Last leichter machen werden. Tja, fragt sich nur wo. Wo war dieser Automat? Steht das in den Zielen? Nein. Aber hier, okay. In diese Richtung. Geradeaus. Ja, müsste geradeaus. Ah, genau. Orientierung wie eine Bockwurst. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Denk nicht an deine Aktion. Eigene Eröffnisse. So. So, das haben wir jetzt auch komplett. Winterblast. Winterblast. Elektro Bolt 3. Und. Noch mal einen Evesaver dazu. Egal. So. Egal. So. Denk an deinen Nächsten. Ich befrei dir alles eine Gebote. Ich vernichte deine... Ich vernichte deine... Und dann? Und dann? Also. Schiffchen? Bist du da? Oh! Eine Latte! Zeit zur Latte! Wer ist sowas? Wenn man irgendwo am Boden legst... Falsch! Fronteen! Fronteen ist der Mann, der dir bei steht! Okay. So. Da muss ich hin. Dann will ich erstmal hier noch gucken. Da ist das Vitan Chamber. Was ist das? Oh, so. Hier ist dann. Das hat gewartet. Dann ist das. Wie geht's auf dem Ratsch! So, erstmal alles nachladen, was nachladen geht. So. Ich würde sagen, wir suchen von oben nach unten. Ah. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. fällt mir gerade ein ich kann auch tote fotografieren sollte ich vielleicht öfter mal machen so da haben wir die nummer zwei so und jetzt gehe ich noch mal ganz hoch und jetzt durchsuchen wir hier noch ein bisschen was nicht abhauen ui das war knapp so ein bisschen medizin wäre gut hacker focus 2 den habe ich rausgenommen das war der größte schwindel geistert sein was machen sie denn hier lassen sie mich das schnell abstellen hm irgendwo ist auf jeden Fall noch einer da ist zu da ist auch zu hier ist kaputt ja 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 so ich brauche keinen tipp ich bin hier genau richtig weil ich schaue mich hier natürlich erstmal um unten war glaube ich noch ein verkaufsautomat weil den bräuchte ich jetzt dann hier ich bin hier hier wie ich bin hier hier ein So, hier geht es wieder raus. Da haben wir ein New Event. Okay, die sind schön durch die Kante geflogen. So, was kann ich denn basteln? Nichts, was ich jetzt erstmal brauchen wollen würde. Na, ein paar Mal habe ich genug. Okay, das ist der gleiche Weg. Dann erstmal wieder raus. Sofern ich die Tür wieder finden kann. Ach, was soll's. So, hier haben wir ein Tagebuch. Die Leute haben gelernt, mir zu vertrauen. Mir, Rynes Geliebter. Nein, sie haben mich nicht erstoßen. Sie haben mich schließlich sogar zur Atlas gebracht. Und ich habe ihn gefragt, ob er einen Aufstand gegen Ryan anführen würde. Aber er hat nur gesäuft. So, wenn du Geld hast, wenn du Geld hast, kommst du. Dann kann der Freier. Der Freier wird es gar nicht geben. Und die Menschen würden sich schon selbst befreien. Ich habe immer geglaubt, Andrew Ryan sei ein großartiger Mensch. Wie dumm ich doch war. So, dann jetzt ab in die Metro. Aber, das mache ich dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder dabei. Bis dahin. Ciao.